ja ich habe es mal ein bisschen rum geguckt und ich glaube ich weiß wie es jetzt weiter geht ich hoffe dass ich kommt nicht oder was auch immer es ist grunzendes etwas doch da war ich dran die tür habe ich total übersehen alle türen durchgeguckt bloß die nicht ist das eklig oh mein gott das macht dich tot er muss jetzt drüber springen oder was nein nein okay das hat sogar funktioniert aber gut zu wissen dass man nicht gleich stirbt und jetzt ab in den beiden keller der war glaube ich rechts so na dann schalössel was beteten und starrten je okay 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 Oh, da kann man Licht anmachen. Hier. Was soll ich damit machen? Ja und, hä? Gibt es irgendwo so Drittdinge? Hm. Das ist auch noch ein Stein. Was? Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Was? Ja, super. Nun? Achtung. Meine rechte Maus hat einen besonders heftigen Stoß versetzt. Achso. 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 Oh jei. Yeeeey! Wohooo! Guck mal, da 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 sieht man da was? Nee, da sehe ich nichts. Da läuft was? 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 Oh Gott! Lauf! Oh Gott! Lauf! Lauf! Oh Gott! Oh my God! Schaut auch nicht arg rosig aus. Was ist denn hier? Oh! Noch eins! Was? Was? War das eine Adel? Nein, da ist auch nichts. Jetzt kurz nachgucken wie unser Geisteszustand ist. Na ja. Blaue Flecken. Super. Ist auch ein Fass auf den Kopf geknallt. Ich habe ja gelesen, dass das, was uns jagt, uns im Dunkeln nicht sehen kann. Leise und ruhig. Okay. Da geht es nicht rein. Was? Oh Gott! Ja, Suppo! Was? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was ist denn das? Oh Gott! Oh Gott! Waaat?! Hoffentlich kommt das nicht. Bloß nicht auffällig sein. Hoffentlich geht's wieder weg. Okay, dann krabbeln wir mal ins Licht vor. Nein! Okay, ich glaube... Oh Gott, mein Herz! Es tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen leise bin. Zunderwuchse! Aber irgendwie... Die können die Türen auch nicht leise zumachen, ne? Okay, ist nichts. Oh. Ich glaube, das müssten... Alles sein. Oh. 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 Okay, das ist nur irgendein bröselnder Putz. Gucken wir doch kurz ins Inventar. Und zwar haben wir jetzt eins, zwei, drei. Eins fehlt noch. Hier können wir mal die Lampe auffüllen. Wir sind hier. Um den körperlichen Zustand zu verbessern und bunten zu heilen. Nein, das brauchen wir noch nicht. Da, 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 du, 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 du. Oh, hier sind überall die Türen offen. Ist das eklig. Tür zu. Darf noch, dass nichts kommt? Wilhelm. Wilhelm. Ähm, ja? Länger, uuuuh! Und die letzte! Uuuuh! Und ja, ähm, das war's jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal!